Ihr habt keine Lust auf die Apple iCloud oder sonstige Cloud-Produkte? Dann seid ihr hier genau richtig und zwar stellen wir euch heute Isas MobiMover 3 vor. Hiermit könnt ihr eure Dateien von iPhone und iPad einfach schön lokal über euren Computer managen. Viel Spaß! An dieser Stelle geht nochmal ein Dank raus an die Firma Isas für die Bezahlung dieses Videos. Die Meinung über die Software ist natürlich unsere eigene. Mit Isas MobiMover 3 hat Isas eine Software auf den Markt gebracht, die dafür sorgt, dass ihr eure Daten vom iPhone, vom iPad wunderbar managen könnt. Das heißt, ihr könnt einen Windows-Rechner verwenden oder auch einen Mac-Computer, das ist vollkommen egal. Und ihr könnt alle Daten, die ihr auf euren Mobilgeräten habt, mit dieser Software managen. Hierbei ist es egal, ob ihr Mac OS oder Windows bis zur aktuellen Version 11 verwendet, das ist kein Problem. In der Free-Version könnt ihr bis zu 30 Elemente pro Tag übertragen. Schauen wir uns doch mal den Überblick an. Mit der Software MobiMover 3 könnt ihr kostenlos Daten vom iPhone und vom iPad auf euren Rechner transferieren. Von iPhone zu iPhone, von iPhone auf den Computer, vom Computer auf das iPhone oder ihr könnt auch einfach Daten transkodieren und übertragen. Die Software MobiMover 3 kann eben auch Backups von euren iPad und iPhone Daten erstellen. Das heißt, ihr könnt diese Daten dann zwischen iOS-Geräten und Computern übertragen. Da ist es egal, ob es sich um Fotos, Kontakte, Musik, Bücher oder Notizen handelt. Hierbei könnt ihr Daten von verschiedenen und mehreren Computern auch übertragen und ihr habt ein integriertes Bildschirmentsperrtool. Hiermit könnt ihr euer vergessenes Sperrbildschirm-Passwort ohne euer Passwort entfernen. Da gibt es eben eine Möglichkeit inklusive Passwort, Touch-ID und Face-ID. Es gibt drei Schritte, um die Daten auf eurem Mobilgerät zu übertragen. Das heißt, ihr geht an euren Laptop, stöpselt das iPhone per USB-Kabel an einen freien USB-Port, wählt die Dateien aus und transferiert sie einfach auf euer Smartphone. It's that easy. Solltet ihr ein grundsätzlich freshes iPhone haben, ist es kein Problem. Ihr könnt eben Daten, die ihr eben in eurer Software MobiMover 3 schon untergebracht habt, könnt ihr einfach wieder auf euer iPhone übertragen. Kontakte, Musik, Voicemails etc. Das ist gar kein Problem. Des Weiteren ist es sehr, sehr praktisch, dass ihr mit dem Isas MobiMover 3 eure Daten eben gut organisieren könnt. Das heißt, ihr könnt dort einfach neue Ordnerdaten erstellen, ihr könnt versteckte Dateien eben auch erstellen, ihr könnt Daten importieren, ihr könnt sie exportieren und ihr könnt sie einfach von einem iPhone auf ein anderes iPad oder auf ein anderes iPhone transferieren. Das ist gar kein Problem. Ihr habt wirklich einen wunderbaren Dateimanager integriert. Man kennt es, man ist im Flugzeug, Bus, Bahn unterwegs und möchte dann einfach ein YouTube Video oder sonstiges mobil schauen. Hat kein YouTube Premium, das ist kein Problem. Ihr habt hier eine integrierte Video Download Funktion und könnt dann Videos aus dem Netz runterladen und könnt diese offline genießen. Sollte das Format des Videos ein anderes sein, kein Problem. Isas kann diese Software einfach transkodieren und es wird umgewandelt, dass euer Gerät das auch wieder abspielen kann. Mit der Software könnt ihr einfache Dateien, aber auch Daten aus WhatsApp übertragen, sichern und wiederherstellen. Es unterstützt WhatsApp Chats, Anhänge sowie Fotos und andere Mediendateien. Schauen wir uns die Editionen an. Es gibt den Isas MobiMover 3 in der Pro Version und in der Tag Version. In der Free Version könnt ihr eben bis zu 30 Elemente pro Tag kopieren, was den meisten eben schon ausreichen sollte. Möchtet ihr die volle Power, geht ihr eben Richtung der Pro Version. Dort habt ihr sogar 24x7 technischen Support und lebenslang kostenlose Updates. Möchtet ihr das eben als Unternehmenskunde einsetzen, habt ihr eben eine Lizenz für mehrere PCs und auch Dienstleistung für mehrere Kunden. Die Handhabung funktioniert sehr, sehr leicht. Ihr habt im ersten Schritt die Möglichkeit, euer mobiles Endgerät mit dem PC zu verbinden. Das heißt, ihr findet hier die Möglichkeit PC zu iPhone und könnt dann praktisch von eurem Computer auf euer iPhone etwas übertragen. Klickt hierbei nachher einfach auf Datei auswählen. Im nächsten Schritt sehen wir das. Und müssen am Ende nur noch die Kategorie auswählen. Hier in unserem Beispiel werden es jetzt eben die Fotos. Klicken dieses spezielle Foto, was wir haben möchten, an und nur noch auf Übertragung. Und das war es schon. Kommen wir zu den technischen Specs. Hier haben wir einmal die Möglichkeit, Audiodateien, Musik, Voice-Memos, Klingeltöne, Audiobücher und Playlisten zu übertragen. Kamera, Videos, Filme, TV-Shows, Musikvideos, gar kein Problem. Oder Kontakte, Nachrichten, Notizen, Bücher, Voicemail oder Safari-Lesezeichen. Werfen wir nochmal einen Blick auf den integrierten Backup-Manager. Hier können wir einfach ein Backup von unserem Gerät erstellen. Wir können damit auch wieder das Backup wiederherstellen und wir sehen eben unseren bisherigen Backup-Verlauf. Noch einmal in der Übersicht haben wir hier unseren WhatsApp-Manager, der sehr, sehr praktisch ist. Denn wir können hier alle unsere WhatsApp-Nachrichten auf dem PC sichern. Wir können sie wiederherstellen und wir können auch WhatsApp-Nachrichten zwischen zwei iOS-Geräten übertragen. Mega praktisch. Hier sehen wir noch einmal diesen Video-Downloader. Der ist wirklich easy gemacht. Dort gibt es auch schon vordefiniert YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo, MetaCafe, Dailymotion und Soundcloud. Hier könnt ihr einfach dementsprechend einen Link einfügen und die Daten herunterladen. Weiterhin praktisch ist, wenn ihr eben Fotos mit dem iPhone erstellt, bekommt ihr dieses sogenannte Hike-Format. Dies könnt ihr dann zum JPEG-Format umwandeln und könnt das einfach auf jedem x-beliebigen PC öffnen. Wenn ihr aus einem Video nur die Audiodatei haben möchtet, könnt ihr dieses Video einfach hier reinziehen und eine MP3 daraus erstellen. Zusammenfassend lässt sich sagen, ihr habt es sehr, sehr einfach, euch eure Daten in einem Dateimanager zu organisieren. Ihr könnt die Daten sichern vom iPhone zum Mac, vom Mac zum iPhone, von iPhone zu iPhone. Ihr könnt Backups von euren iOS-Geräten erstellen. Ihr könnt Backups von euren WhatsApp-Nachrichten erstellen. Ihr könnt Videos downloaden, ihr könnt Bilder umwandeln und ihr könnt Videos in Audio-Format umwandeln. Dieser riesen Funktionsumfang lässt uns einfach darauf schließen. Die Software ist super, wirklich empfehlenswert. Damit könnt ihr ohne iCloud eure Daten sichern, lokal, ohne wirkliche Sicherheitsbedenken zu haben. Von uns gibt es deswegen einen Daumen nach oben. Uns freut, wenn ihr auch einen Daumen nach oben da lasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.